Salamu alaikum ya Jama, asalamu alaikum Mein Name ist Tahirana und ich spreche auf dem Weg zur Anmeldung. Assalamu alaikum, mein Name ist Dilhadana. Wir befinden uns hier gerade auf der Pfad zu 2023. Heute ist der erste Tag und wir melden uns erst weiter. Salamu alaikum, auf永恍 alaikum und wir ant psychiatern, Wir holen jetzt unseren Gruppen zugeteilt und jetzt spielen wir Spiele, um uns besser kennenzulernen. So, kurzes Update. Jetzt werden Koffer und Wasser alles eingeladen für die Fahrt und unser erster Halt wird in Lyon sein. Dort werden wir ein bisschen die Stadt erkunden, ein bisschen Sport machen und ja, ich halte mich auf dem Laufenden. Wir haben gerade unser Vötergebet verrichtet und jetzt haben wir vier Stunden Fahrt hinter uns und sind jetzt auf dem Weg nach Frankreich. Wir übergrenzen jetzt gleich die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Wir sind jetzt in Frankreich angekommen, genauer gesagt in Lyon. Die meisten sind erschöpft. Da müssen sich auch ein paar Frisch machen, müssen aufs Klo. Aber generell freuen sich glaube ich alle, die Möjlis kennenzulernen, auch die Moscheen hier zu sehen und auf die Stadt zu erkunden. So, wir sind jetzt bei einem Mars-Central angekommen. Hinter uns sieht man auch nochmal diese Mars-Central. Hier unten sieht man nochmal die Brüder, die frühstücken. Gerade wurde das Zahod und As-Central verrichtet und wie schon vorher gesehen gibt es jetzt Nudeln zum Mittagessen und danach gehen wir in die Stadt, erkunden die ein bisschen. Assalamu alaikum, mein Name ist Fares. Ich bin in der Gruppe von Tahir und Talha. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Park. Wir sind jetzt mit der ganzen Gruppe. Wir gehen gleich Fußball spielen und noch andere Aktivitäten. So, wir sind jetzt an der Schleuse. Wir fahren jetzt mit der U-Bahn Richtung dem Sportplatz. Das ist auf jeden Fall in Frankreich komplett anders als in Deutschland. Hier gibt es solche Schleusen zum Beispiel. Da muss man extra Tickets und so reinmachen, damit man überhaupt durchkommt. Und ja, wir freuen uns auch schon auf die Fahrt zum Sportplatz. Musik So, wir machen jetzt. Wir machen jetzt Wettbewerbegruppen gegen Gruppen und jetzt ist Staffelauf dran. Musik Leider hat unser Team nicht gewonnen. Ich glaube, wir haben einen Vierter. Aber inshallah nichts. So, jetzt ist es glaube ich die letzte Disziplin. Ein Bruder, also von deiner Gruppe Ruckepapp zu nehmen und damit dann bis zum Ziel, am Ende zu rennen. Hier sehen wir schon unsere Gruppe, die sich fleißig vorbereiten. Assalamu alaikum, Bruder. Assalamu alaikum. Wie finden Sie diese Wettbewerbe hier? Also ich finde es sehr, sehr interessant. Die verschiedenen Fahrbrüder können sich gegeneinander duellieren. Und man sieht auch sehr, sehr viel Spaß daran. Und es macht auch sehr Spaß zuzuschauen, wie die Brüder wirklich alles geben. Hiermit verabschieden wir uns von der Jamaatet Lyon. Dankeschön nochmal für den schönen Offenheit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Bus Richtung Spanien. Und jetzt würde ich Matilda fragen, auf was freust du dich in Spanien? Also natürlich erstens auf die schönen Moscheen, die uns in Spanien erwarten, aber auch die Aktivitäten. Und so ist es jetzt schon ein bisschen gespoilert, dass wir wahrscheinlich paintball gehen, zipline und drafting. Also der Bus ist ready. Alles ist zusammengepackt. Endlich können wir uns auch ausruhen. Es war ein langer Tag. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus und dann sehen wir uns in Spanien. Ja, brüß. Oh ja, brüß. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020